Ja der passt, es ist komisch zu schauen ob der passt. Hier ist es ganz hart. Er heißt Kelvin Arase und er ist einer der schnellsten bei Rapid. Er ist richtig flott unterwegs und der hat jetzt einmal ein ganz besonderes Experiment gemacht. Nämlich der hat Fußballschuhe ausprobiert, die schon rund 100 Jahre alt sind. Aber ich schau mal wie es ist beim Schießen. Nein, das geht gar nicht. Also mit dieser fast Eisenkappe da vorne, du hast viel weniger Ballgefühl, du spürst deine Zehen nicht. Und was dabei herausgekommen ist, die Rapid Viertelstunde auf W24. Danke! Bitte! Das war alles? Danke! Bitte! Danke! Bitte!